Okay, jetzt habe ich Leitungswasser in einer Flasche. Ja, hatte gerade nichts anderes zu trinken in der Nähe. Ach, ist eine Aufnahme? Gut. Ja. Okay. Habt ihr ein wenigstens Feuer? Ja. 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 Das ist in jedem Hubschrauber. So in die Jeeps muss man die noch zusätzlich einbauen. Oh, geht er jetzt auf 30 Meter runter? Und wieder hoch. Ach, das geht schon. Ja. 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 Da. Ja. 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 2 Hubschrauber, alle drin, hier 2 Hubschrauber. Bitte fliegt an alle, der Rest von uns wird gerade mit dem Helikopter eingeflogen, wir sammeln uns an und sammeln uns. Ja, da darfst du nicht in eine andere Richtung anfliegen können? So, er dreht jetzt gerade erst die Vorwürfe, die Dropzone. Jawohl, wahrscheinlich hat er sich verirrt, als er übers Land geflogen ist. Aber was kremst du denn jetzt da? Ja, da muss ich wieder jetzt ein Wasser da. Ja. Ja. Ja, da muss ich wieder jetzt ein Wasser da. Ja. Näher Evtl. Flipperflipperhurt. Wir werden mit den Helikoptern eingeflogen, weil der h bermeli- slow中國 weht. Wir treffen uns langzimus bei der расprungste threatening markieren. Sind die so lange gefallen? Sind sie uns in den Land noch? Wir kommen noch weiter mit dem Mosch Bye Bye Tschüss Bye Bye Okay Das hier, das ist der Hang, wo ich liegen geblieben bin Ein Glück ist, wenn ich das ganze Ding in die Luft geflogen, da hätte ich mich richtig geärgert FF2 an Cobra kommen Ja, jetzt wollen die, dass wir wegnehmen Cobra, könnt ihr mal schauen, wo unsere Jungs abgesprungen sind und uns da hinten geleiten Ja, soweit war ich auch schon wünscht, dass die da großartig verstreut sind Alles klar verstanden, danke bitte, schönen Flug Dann Lutz ist aus, Hellfire, Feuer Ja 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 Wir fliegen unten rum, ne Keben wir eh Zeit Ja Ja, grinsen sie an. Spaß, was tust du, wenn man in die Sonne guckt. Quatsch, ich seh die Bäume. Ist wirklich da, jetzt krieg ich mal drauf zu. Och, ich hatte nur nicht eingeschätzt, dass der Boden jetzt steil nach oben geht. Ja, ja, ist doch wichtig. Jetzt kommen ein paar Häuser, vielleicht blocken die dich. Warte, ich muss mal kurz gucken, wie meine Reichweite eingestellt ist. Ja, ich brauche ja nicht ganz so weit gucken wie du. Jetzt wird mein PC immer ein bisschen heiß, wenn ich hohe Einstellungen habe. Das ist nicht so schön. Ja. Ja. Jetzt kommt wahrscheinlich dichter ran, hier habe ich ja genug Platz nach unten. Ja. 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 Ah, die scheiß Sonne. Verdeckt mir meine ganzen Insta- Die Ghost Rider. Ghost Rider, Firebird. Können wir mich hören? Ja, Firebird. Können wir hören. Soja, scheiße. Kam hat drauf. Können wir bitte an Hauptquartier einen Flugspruch übermitteln, dass ich das Paket abgeliefert habe und in der Basis auf weitere Einsatzbefiele warte. Kannst du euch mal kurz weiterfunken? Ja, egal mit denen. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier. Hört. Hört. Positive, Southland bei geben. Ghost Rider, hört. Roger, bitte um den Nerven zum Badebaum Hau keinen Platz mehr Du kannst hier natürlich auch Gelegen nicht ein paar Ziele geben Damit er was zu tun hat Aber wir sollen uns ja auch auf die Infanterie spezialisieren Dem Drecksgeschirr Ich denke schon Was Das ist dieser Link schon an Was ist der Film her? 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 Keine Ahnung, ob wir das können Genauer gesagt, ein Kennfahrt Bestandten können, könnt ihr den Ziele bekämpfen? Ein Verrückter, wenn ihr nur einen ausschaltet, wäre auch schon nicht schlecht. Hier ist es. Lasermarkierung bereit sein. Komm. In der Allgemeine. Das ist auf jeden Fall verstanden. Auf. 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 Ja, positiv, ich finde mich über die Stimme. Das haben wir auch. Auf. Auf dieser Straße steht die Zeit hier. Gehost, Reiter von SF2 kommen. Ich finde mich in Anflugkurs Nord auf das Flieggebiet. Gehost, Reiter, ich warte auf euer Laser. Spot ist on, Ziel heiß, Anflug und Abruf, schnell. Verstanden. SS-Teams braucht jetzt Feuerunterstützung. So voll. Herrlich. Negativ, keine Ausschaltung. Wir haben noch einen Panzer bei den Rauchwolken direkt vor uns, wir ziehen uns weiter zurück. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Das ist schwer anzuschätzen Kannst du die ungefähre Position markieren, dann mache ich in Sichtanflug In dem Wald sehe ich davon Das der Weintritt entstanden, wir sind nur noch zu dritt und wir werden die Position halten Uh, nicht aufgeregt geworden, wa Kostrader von Ende Das hat er sich weggespreint SR1 meldet, Panzer weiter in den Takt Kostrader von Ende Kostrader, setz jetzt einen Nothof ab Kostrader, an der F-Team Der F-Team hört Habe ich mein Service? Tote Respawn, wenn er wollt SR2 anfragen SR2, bitte komm Ja Position wird auf Kostrad markiert Kostrader, steig aus Kostrader, steig aus Von der einen Rackete? Erklärung, fahren direkt vor Ort Verdicht fahren die dann dran Bericht auf Verstand Was meinst du wieder? Hm Müssen wir den noch abholen oder macht er gleich einen Disconnect? FF1 meldet, wir haben immer noch diesen einen Feindkontakt an Panzer, den wir bekämpfen wollten, aber der fährt hier noch im Wald herum her. FF1 meldet, wir werden noch einen Feindkontakt an. FF1, wir werden noch einen Feindkontakt an. FF1, wir werden noch einen Feindkontakt an. FF1 auf 50 ungefähr versponnen. Hier, er ist vorher rausgesprungen, das Flugzeug ist viel weiter drüber. Erstaunlich wie gerade man mit so einer Cobra fliegen hören Kommt jetzt Kontakt akkurat Bin... Was? Bin... hab ich verstanden? Oh mein, was? Achso... Oh, sorry... Das war gut Hatte da jemand einen Hubschrauber? Hoffentlich grinse der Pilot, sonst würde ich das nämlich so finden, wenn ich einen Hubschrauber nehme